Eine Tragödie, die sich wiederholt. Wieder zwei tote Kinder. Bei beiden wurden Keime festgestellt. Als erste Konsequenz wurde Klinikchef Hansen beurlaubt. Wie viele Bremerinnen und Bremer haben mich in dieser Woche insbesondere die neuen Schlagzeilen über den Keimskandal an dem Bremer Klinikum bewegt. Es ist unvorstellbar, dass ein Keim über mehrere Monate für einen Hygieneskandal gesorgt hat und vielleicht sogar am Ende für den Tod mehrerer Frühchen verantwortlich ist. Wir als CDU fordern, dass die Umstände aufgeklärt, die Verantwortung übernommen und die notwendigen Konsequenzen so schnell wie möglich gezogen werden, damit die Bremerinnen und Bremer wieder den städtischen Kliniken vertrauen können.